Seid ihr bereit für sehr viel Star Wars Talk heute, denn heute reden wir über die drei Mandalorian Spin-Offs The Book of Boba Fett, Ahsoka und Rangers of the New Republic. Was könnte kommen, was ist die Overall Story von diesen vier Projekten zusammen und was wird das Climactic Story Event sein? Was hat alles zu bedeuten? Wir reden heute mal darüber. Es ist sehr viel, es ist sehr viel auf einmal. Das Mandalorian Staffelfinale hat uns dann auch noch den Cliffhanger mit Book of Boba Fett gegeben. Seit gestern haben wir noch ein Logo und noch ein bisschen mehr Informationen. Es wird eine eigene Miniserie. The Book of Boba Fett wird eine eigene Miniserie, soweit ich weiß, die eben Tamara Morrison als auch Ming-Na Wen als Fennec-Shan dabei haben wird, als Hauptcharaktere. Und das freut mich erstmal sehr. Also das freut mich erstmal sehr. Wir reden erstmal über Book of Boba Fett, dann reden wir ein bisschen über Ahsoka und dann reden wir ein bisschen über Rangers und dann über alles zusammen. Also Book of Boba Fett freut mich sehr. Ich war die erste Person, die gesagt hat, ich brauche keinen Boba Fett-Show, ich brauche keinen Boba Fett in Mandalorian. Ich fand, Boba Fett war nie ein interessanter Charakter. Sie haben ihn tatsächlich jetzt in Mandalorian durchaus zu einem interessanten Charakter gemacht, wo ich tatsächlich auch sage, okay, ich bin interessiert zu sehen, wie es weitergeht. Und es kommt auf der einen Seite dadurch, dass eben Boba Fett ein bisschen spannender ist, aber es kommt auch durch Ming-Na Wen als Fennec-Shan, weil, da habe ich ganz oft in meinen Reviews gesagt, Fennec-Shan ist einer meiner Lieblingscharaktere, der aus Mandalorian oder die aus Mandalorian hervorgekommen ist. Ich finde, das ist eine super Edition zum Star Wars-Universum. Mich freut es sehr, dass sie auch in Bad Batch dabei sein wird und mich freut es sehr, dass sie auch hier Hauptcharakter zusammen mit Boba Fett in dieser Serie sein wird und man hier nochmal mehr von ihr sehen wird. Das ist, glaube ich, Hauptantriebsgrund meiner Freude für Book of Boba Fett, weil grundsätzlich bin ich jetzt immer noch kein großer Fan von diesen ganzen Bounty Hunter-Serien und Storylines, auch in Clone Wars. Es war zwar ganz interessant, aber ich bin dann doch eher die Person, die Richtung Macht und Politik abschweift. Aber grundsätzlich, Book of Boba Fett hat Potenzial. Es hat Potenzial durchaus. Klar, Book of Boba Fett heißt, es wird so ein paar Chapter geben und sonst noch was und wird erstmal eine Miniserie sein, die kommt im Dezember 2021 raus. Sie drehen momentan und Mandalorian Staffel 3 geht danach in Produktion. Was das für Mandalorian Staffel 3 bedeutet, ich glaube, Mandalorian nimmt im Jahr 2021 eine kleine Auszeit und wir kriegen Mandalorian Staffel 3 erst im Jahr 2022. Was einfach Sinn ergibt von Release-Zeitpunkt und Dreharbeiten und sonst noch was. Das heißt, im Dezember 2021 kriegen wir Book of Boba Fett. Ich muss sagen, ich war sehr suspicious, sag ich mal, als Kathleen Kennedy gesagt hat, nach den zwei Spin-Off-Ankündigungen hat sie gesagt, the next chapter arrives in December, äh, Christmas 2021. Und ich war so, was heißt denn the next chapter? Weil alle sind sofort davon ausgegangen, es ist Mandalorian Staffel 3 einfach. Weil sie hat erst über Mandalorian geredet, dann die zwei neuen Spin-Offs. Und, äh, dann hat sie gesagt, das nächste Kapitel erscheint dann und dann. Und dann sind die meisten davon ausgegangen, dass es Mandalorian Staffel 3 ist. Ich bin mal auch davon ausgegangen. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, das ist eine komische Formulierung. Warum würdest du sowas sagen? Ich habe kurz vielleicht gedacht, dass man Ahsoka oder Rangers of the New Republic damit gemeint hat, dass das das nächste Chapter dieser großen Story, die über diese mehrere Projekte erzählt wird, und dass das das nächste Kapitel davon sein wird. Wie es sich jetzt herausstellt, war ich nicht ganz, lag ich nicht ganz falsch. Es handelt sich um keins von den beiden Spin-Offs, sondern um Book of Boba Fett. Ähm, und das kommt im Dezember 2021. Das heißt, ich bin gespannt. Ähm, Mando wird wahrscheinlich nächstes Jahr eine Pause nehmen. Und das ergibt auch alles ganz gut Sinn. Da werden wir in einem Video in ein paar Tagen, Wochen, sonst auch was noch drauf eingehen, was mit Mandalorian Staffel 3 jetzt passiert. Ähm, aber. Genau, soviel zu, äh, zu grundsätzlich Book of Boba Fett. Was könnte Book of Boba Fett, was könnte das bringen? Ich glaube, es wird einfach viel kleine Adventures of the Week sozusagen, so ein bisschen einfach Action, bla bla bla. Aber, äh, nicht zu vergessen, dass ja diese vier Projekte alle zusammengehören und alle sich, es ist eine Interconnected Story und großes Climactic Story Event am Ende, wie angekündigt wurde. Ähm, dementsprechend, es wird wahrscheinlich auch immer mal wieder so, wie zum Beispiel Kapitel, also Folge 5 in Staffel 2 von Mandalorian war das, glaube ich. Das war, glaube ich, die Folge auf Navarro, die ja eigentlich sehr Action und Adventure einfach war, aber trotzdem dieses kleine Ding mit den Klonen am Ende reingeworfen hat. Also, dass man hin und wieder mal so kleine, kleine Infos und irgendwelche Sachen erfährt, die vielleicht wichtig sind für irgendwas, was dann in Ahsoka oder in Rangers oder in Mando passiert. Ähm, was vielleicht erst nicht offensichtlich ist, aber dann, wenn man alles zusammen sieht, dass es dann Sinn ergibt. Und ich glaube, sowas wird Boba Fett sein, dass das halt einfach die Unterwelt so ein bisschen beleuchtet. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, hat man hier sehr interessante, sehr interessante, eine sehr interessante Aufstellung mit diesen vier Projekten. Wir haben Ahsoka, was wahrscheinlich sehr in die Machtrichtung gehen wird. Ähm, wir haben Rangers, was vielleicht ein bisschen politischer wird. Wir haben Mandalorian, was einfach sehr, ähm, ich sag mal, die, die, das Outer Rim gut beleuchtet. Und dann haben wir Boba, was vielleicht mehr in die Unterwelt gehen wird. Ähm, dementsprechend hat man da vier so Bereiche abgedeckt, die vielleicht alle sehr wichtig sind. Ähm, grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass es in Book of Boba Fett einfach darum geht, entweder er will sich sein eigenes Crime-Syndicate aufbauen, wie Maul, oder er, was eine sehr interessante Theorie ist, was Alex Damon von Star Wars Explained aufgestellt hat, dass er vielleicht Tatooine von, ja, diesen ganzen kriminellen Sachen befreien möchte. Weil, er hat schon recht, Boba ist in Mandalorian sehr anders, als man ihn davor kennt. Er ist nicht so der krasse Bounty Hunter, er ist irgendwie ein alter, gesettelter Mann, sag ich mal, der halt irgendwie seinen, seinen Platz in der Galaxis finden will und, ähm, seine Bestimmung sucht und sonst auch was und jetzt nicht wirklich auf Konfrontation aus ist. Ähm, er hat auch nicht mitgekämpft im Staffelfinale. Äh, also der ist ein bisschen anders, als man ihn noch aus Clone Wars und auch aus der, aus den Comics und aus der originalen Trilogie kennt. Dementsprechend, vielleicht hält er sich davon fern von diesen Sachen, who knows. Ich bin eher davon ausgegangen, dass er setzt sich jetzt auf diesen Stuhl, er setzt sich so als Thron, er will so sein eigenes, sein eigenes, ähm, kriminelles Imperium sozusagen aufbauen. So hab ich das verstanden. Wer weiß. Ähm, wir werden bestimmt bald mehr erfahren. Ich rede mir über Ahsoka. Ahsoka, ähm, ist eine Serie, über die ich jetzt nicht ganz so excited bin, einfach weil es Live-Action ist. Und wie gesagt, Ahsoka blüht in Animation und nicht in Live-Action. So, wenn ich, ich hab mich mittlerweile auch an das Design gewöhnt, einigermaßen. Ich hab's akzeptiert, ich werd's nicht ändern können, so. Es ist nun mal so, okay. Ähm, wenn ich meine ganzen Differenzen, die ich mit Ahsoka in Live-Action habe, zur Seite lege, seh ich Potenzial in dieser Serie. Ahsoka wird auch eine Limited-Series sein, das heißt, äh, auch, glaub ich, nur eine Staffel und ein paar Folgen halt. Und wird, glaub ich, sehr klar irgendwie ein, eine Story irgendwie verfolgen und halt sehr klar einfach Anfang und Ende haben und dann geht's irgendwie in Mandalorian über oder sonst auch was. Ähm, Ahsokas Logo, also das Logo von der Serie, mit diesen ganzen Runen im Hintergrund, erinnert sehr an World Between Worlds oder generell so an Jedi-Schriften, auch das, was auf dem Stein von Grogu war, auf, äh, Tython. Dementsprechend, ich hab das Gefühl, wir gehen hier mehr in die Machtrichtung. Klar hat man natürlich diesen großen Cliffhanger von Ahsoka mit Woz Grand Admiral Thrawn, ähm, dass sie den geteased hat, sozusagen. Ich weiß aber nicht, ob wir das hier in so einer Limited-Series abdecken werden. Also ob, ab, das ist, hm, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob, ähm, die Suche nach Thrawn und somit auch die Suche nach Ezra, ähm, hier stattfinden wird. In so einer Limited-Series, die vielleicht nur sechs Folgen haben wird oder sowas. Oder vielleicht acht, keine Ahnung. Ähm, ob man da so die Suche nach Ezra und Thrawn gut machen kann und gleichzeitig noch vielleicht irgendwie diese ganzen Macht-Aspekte, die das Logo ja irgendwie andeutet. Dave Filoni, äh, schreibt momentan die Serie, ist momentan am Schreiben, der wird die Serie wahrscheinlich komplett schreiben. Ich bin sehr gespannt. Ich glaub, er hat noch nie alles komplett alleine geschrieben, soweit ich weiß. Rebels hatte ein paar Folgen selbst geschrieben, ähm, waren, glaub ich, nicht die stärksten Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaub, er hat die World Between Worlds-Folgen geschrieben. Wenn ja, ich glaube, die waren richtig geil. Ansonsten gab's aber, ich glaub, er hat auch das Staffel-Serien-Finale geschrieben und da bin ich kein großer Fan davon. Ähm, ich bin mir grad nicht sicher, welche Folgen er geschrieben hat, aber er hat noch nie eine ganze Serie alleine geschrieben. Dementsprechend wird's interessant, was, was er jetzt hier, äh, aus dem Hut zaubert. Ähm, ich vertrau ihm mal. Ich bin bloß, ich glaub, ich hoffe, ich hoffe eher, dass er nicht Regie führt bei allen. Das hoffe ich nicht, weil ich bisher auch kein großer Fan von seiner Direction und Regieart und Weise bin, wie er es in Mandalorian gezeigt hat. Klar, er ist ein Newcomer, er hat das noch nie gemacht und sonst noch was. Er muss lernen über Zeit und natürlich, er darf gerne ein oder zwei Folgen Regie führen, aber nicht alle, weil ich würde auch gerne sehen, was andere Regisseure mit einem Charakter wie Ahsoka machen. Was ich vergessen hab zu erwähnen, dass Robert Rodriguez, der die Folge 6, nee, doch, Folge 6 auf Tython Regie geführt hat, dass der auch Executive Producer bei Book of Boba Fett sein wird, aber das ist, glaub ich, nicht so wichtig. Ähm, genau, soviel dazu. Ahsoka, also, äh, Machtpotenzial ist da, es ist auch, äh, Potenzial eben wegen Thrawn da. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Für die neue Republik. Change our Galaxy, für das Beste. The future of the new republic depends on it. Reden wir über Rangers of the new republic. Das ist von den drei Spin-offs das, auf das ich am meisten gespannt bin, weil es einfach sehr vage ist und wir gar keine Ahnung haben. Ich geh mal davon aus, dass Rangers of the new republic sich um Cara Dune und so drehen wird. Also, Cara Dune hat man ja schon als Marshal der New Republic eingeführt. Man hat in Mandalorian, ähm, Trapper Wolf. Man hat Carson, die, also die X-Wing-Piloten, die im Outer Rim unterwegs sind. Carson sagt ja auch ziemlich offensichtlich, hier draußen geht irgendwas vor sich und das sind keine isolated incidents und es muss irgendwie zusammenhängen und die Core Worlds, die glauben da nicht dran, aber sonst noch was. Ich glaube, das ist basically hier einfach so das Setup für dieses, für dieses Spin-off. Dass man Cara Dune und vielleicht noch weitere Marshals oder Rangers, wie auch immer sie dann nennen wollen, zusammentun, die dann gegen imperiale Überreste im Outer Rim kämpfen werden und die zerschlagen werden und Informationen sammeln. Und ich hab Hoffnung, dass Rangers of the New Republic so eine Serie werden könnte, die ein bisschen politischer wird auch, weil ich liebe meine Politik in Star Wars, we business, Politik in Star Wars find ich toll, Prequels we praise it, Clone Wars we praise it. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, weil wenn sie schon in New Republic so einen Titel hauen, ich hab so Hoffnungen, so ein bisschen, dass man noch so ein bisschen Einblick in die politische Struktur der Neuen Republik kriegt, worüber man ja eigentlich noch gar nichts weiß. Ähm, so, jetzt reden wir mal darüber, wie hängen diese ganzen Sachen alle zusammen. Wir wissen, das wird irgendeine große Story, wird über diese vier Serien erzählt und dann gibt es ein Climactic Story Event. Climactic Story Event hört sich für mich an wie ein Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaub nicht, dass diese vier Serien dann in eine fünfte Serie übergehen. Climactic Story Event hört sich an wie ein großes Finale, das in Filmform stattfindet, wo alle Serien dann reinfließen. Ähm, das wird, ja, also wir haben 2023 haben wir Patty Jenkins mit Rogue Squadron, 2025 haben wir Taika Waititi mit irgendeinem eigenen Original Film und der nächste Slot wäre 2027 für einen Kinofilm. Wenn sie einen Kinofilm machen wollen, vielleicht machen sie auch einen Disney Plus-Exklusiv-Film. 2027 ist sieben Jahre in der Zukunft, muss man mal dran denken. Aber wir haben hier auch vier Serien. Vier Serien, wovon zwei noch mehrere Staffeln haben werden. Wir wissen, dass Mandalorian mindestens noch zwei Staffeln haben wird wahrscheinlich, dass, ähm, Rangers of the New Republic wahrscheinlich auch mindestens zwei Staffeln haben wird. Und das fängt ja nicht alles gleichzeitig an. Also wenn Mandalorian erst in 2022 weitergeht, haben wir 2022 und 2024. Vielleicht geht Rangers erst in, äh, 2022 und 2023. Vielleicht geht Rangers erst in 2023 los, dann haben wir 2023, 2025. Vielleicht ist Ahsoka irgendwo zwischendrin. Und who knows, vielleicht hat Mandalorian dann noch eine Staffel oder Rangers noch eine Staffel. Und man könnte dann schon, vielleicht ist dann ein Jahr Pause und dann 2027. Also es ist durchaus möglich, dass es alles zu dem 2027er-Film, der noch offen ist, hinführt. Who knows? Ähm, aber das ist momentan so meine Theorie. Momentan meine Theorie so ein bisschen. Vielleicht ist Taika Waititi aber auch erst in 2027. Und 2025 ist der, der Mandalorian-Film, sag ich mal. Es ist natürlich auch sehr auffällig, dass, ähm, Bob Iger mal gesagt hat, dass sie nicht mehr unterscheiden zwischen Film und Serie. Und dass ein Film mal ein Film ist und eine Serie kann mal ein Film werden und ein Film kann eine Serie werden, so ungefähr. Hat er, glaube ich, letztes Jahr irgendwann mal gesagt. Dementsprechend, ich würde das sehr, sehr, ähm, gut im Auge behalten, was da so passiert mit den ganzen Filmsachen. Und was da so hin und her geschoben wird oder nicht. So viel dazu. Ähm, so was könnte die Story sein? Äh, ich glaube, das ist so die größte Theorie von allen momentan, dass, äh, Thrawn der große Bösewicht, sag ich mal. Und Antagonist von diesen vier Serien sein wird. Der irgendwo in den Unknown Regions von da langsam sich so ein Imperium aufbauen will. Oder vielleicht irgendwas mit dem Imperator noch zu tun hat. Wir wissen, dass, ähm, in mindestens 15 Jahren oder 20 Jahren Timeline-mäßig, äh, Thrawn wieder weg sein muss. Aber das ist genug Zeit. Das ist genug Zeit. Äh, Ahsoka ist diejenige, die hier gerade nach Thrawn sucht. Wegen Ezra wahrscheinlich. Das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig, weil ich glaube, Ahsoka ist der ausschlaggebende Punkt, dass die anderen da irgendwie dazukommen. Also, ähm, Ahsoka sucht vielleicht, vielleicht geht die Ahsoka-Serie eben darum, dass sie Hinweise nach Thrawn, für Thrawn sucht. Also für seinen Aufenthaltsort und somit auch Ezra. Ähm, und dass sie durch Leute, die mit Thrawn irgendwie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel die Magistratin in Folge 5, ähm, dass sie somit, äh, halt versucht irgendwie Hinweise für Thrawn zu finden. So, Ahsoka findet ein paar Hinweise in ihrer Serie und hat noch ein bisschen Macht, tralala und ein bisschen Action, wunderschön. So, ihre Serie ist vorbei. Sie hat ein paar Hinweise gesammelt. Würde damit dann sozusagen zu Sabine gehen in, ähm, in am Ende von Rebels. So, das ist alles sehr kompliziert, vielleicht kommt noch Rebels mit rein, who knows. Ähm, Boba Fett ist halt Underworld-mäßig unterwegs, aber es heißt ja nicht, dass er auch irgendwie Hinweise oder Informationen irgendwie kriegen kann oder Aufträge gibt, Aufträge macht, ähm, die irgendwie zu Thrawn führen könnten. In Mando wurde das ganze Zeug mit Moff Gideon. Moff Gideon, das Imperium, die Klone, wofür brauchen sie Baby Yoda, das ganze Zeug wurde, ähm, in Mandalorian eingeführt. Und ist jetzt momentan sehr in der Luft. Also, momentan ist so, okay, worum geht's jetzt weiter in Mandalorian? Baby Yoda ist nicht mehr da, das Thema ist irgendwie abgehakt. Es geht jetzt wahrscheinlich in Mandalorian Staffel 3 sehr um Mandalore und das Darksaber. Aber, so, um schon mal ein bisschen zu teasen, was ich nächste Woche oder sowas dann in meinem Mandalorian Staffel 3 Video großartig reden werde. Ähm, Moff Gideon ist noch am Leben, sie haben ihn gefangen genommen. Cara Dune hat gesagt, ich brauche ihn, er war Teil von ISBN oder ISB, ISBN, die ISBN-Nummer bei jedem Buch. Er war Teil des ISB, also dem imperialen Geheimdienst sozusagen. Er hat viele Informationen, die ich brauche für die neue Republik. Ich muss ihn mitnehmen als Geisel und als Gefangenen. So, ähm, nachdem ich gesagt habe, dass, äh, vielleicht Rangers of the New Republic die neue, also das Cara Dune Spin-Off unter anderem sein wird, könntest du mir vorstellen, dass das ganze Zeug von Moff Gideon und den Klonen eher in der Serie noch ein bisschen weiter erforscht wird. Und dass dann sozusagen die Rangers of the New Republic, ähm, weiter diesem Thema folgen und somit diese imperialen, äh, Überbleib-Slim, Outer Rim verfolgen und vielleicht weitere Informationen so zu sammeln. Ähm, Giancarlo Esposito, der Schauspieler von Moff Gideon, hat gesagt, er findet es sehr interessant, ich glaube, das war sehr viel Eigenspekulation, aber vielleicht weiß er auch irgendwas. Er findet es sehr interessant, dass Moff Gideon ein Charakter ist, der sehr viel weiß. Wo kriegt er dieses ganze Wissen her? Arbeitet er für jemanden sonst noch was? Er hat diese Fragen mal so in den Raum gestellt in so einem Interview und es hat sich erst sehr, wie sehr viel Eigenspekulation angehört, aber ich glaube, ähm, das ist vielleicht gar nicht so viel Eigenspekulation, sondern durchaus eine berechtigte Frage. Weil Moff Gideon ist jemand, der weiß sehr viel und der kennt sich sehr gut über diese ganzen Charaktere aus und klar, er war bei ISB und sonst noch was, aber trotzdem, er ist, ähm, er ist ein interessanter Charakter. Und woher kriegt er die ganzen Ressourcen und wer steht über ihm vielleicht? Und Thrawn ist natürlich sehr offensichtlich in der Hinsicht. Ähm, dementsprechend, vielleicht führen diese ganzen Klon-Experimente und sonst noch was, vielleicht macht er die für Thrawn, der irgendwo in den Unowned Regions ist. We don't know. Ähm, und Thrawn ist sozusagen mit dem Imperator irgendwie in Kontakt oder auch nicht, vielleicht will er auch sein eigenes Imperium aufbauen. Wer weiß. Äh, das wäre ganz funny. Dann hat man alle Parteien gegeneinander. Und dass, das ganze Zeug, äh, vielleicht so in den Rangers ein bisschen genauer erforscht wird. Und dass somit diese ganzen Informationen, die überall so Crossover haben, vielleicht dann, äh, irgendwie dazu führen, dass halt, ich weiß zwar nicht, wie Mandalorian dann noch mit hineinspielt, weil das ist dann ein komplett anderes Thema. Aber irgendwie vielleicht auch noch Mandalore dazu und dann boom, boom, boom und alles kommt zusammen und bam, Explosion und Thrawn und Thrawn wird besiegt am Ende und sie finden Ezra gleichzeitig wieder und Ahsoka ist happy und boom. So ungefähr. Who knows? Who knows? Ähm, also das sind so meine groben Gedanken, die ich dazu habe. Es ist sehr schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dass man diese Mandalorian-Storyline über Mandalore und dem Darksaber in Mandalorian fortführt. Ähm, das, was mit Ahsoka und den Jedi und Thrawn so abgesettet wurde, in Ahsoka ein bisschen weitermacht. Das ganze Boba Fett-Zeugs kommt in Boba Fett. So das ganze Underworld. Blablabla. Und dann haben wir, ähm, haben wir so die, die politischen Imperiumssachen in Rangers. Und dann kommt es irgendwie zusammen. Punkt. Vielleicht ist Ahsoka dann an irgendeinem Punkt so, okay, ich habe Informationen, aber ich brauche Hilfe und sie geht zu Mando. Und dann ist Mando wieder involviert oder so. Oder Kara braucht Hilfe und geht zu Mando. Vielleicht brauchen sie Mandalorianer als Streittrupp. Who knows? Who knows? Irgendwie wird das schon Sinn ergeben. Äh, das ist momentan meine Theorie und ich glaube, das ist eine interessante Theorie. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Video wieder an Heiligabend, 24. Dezember. Gibt es das letzte Breakdown-Video zu Obi-Wan Kenobi. Meine Meinung, meine Theorien und sonst noch was. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Möge die Macht mit euch sein. Und I have spoken for today. 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 Today.